Was zur Hölle war's das denn? Oh! Danke! Ergänzende Beobachtung! Das Testsubjekt fühlt sich stark zu der Lösung hingezogen. Weitere Tests sind erforderlich. Ist das die ähnliche Proteinsequenz? Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Wir befinden uns in irgendeiner Pharma-Fabrik. Arctos Pharma, um genau zu sein. Wir sind hier auf der Suche nach einem Ghoul, den ich hier gerade noch gehört habe. Der sich jetzt aber irgendwie versteckt. Da könnten wir den Aufzug rein, das will ich nicht. Oder weiter höher, das will ich auch noch nicht. Hallo? Da ist... Nein, da ist Mario! Verdammt! Ich hoffe, das ist keine... Keine Gamer-Musik. Haben die irgendwas an den Texturen gemacht? Irgendwie kommt mir das hier so anders vor alles. Das kann auch daran liegen, dass ich es wirklich jetzt länger nicht mehr gespielt habe. Jetzt ist es auf einmal weg, die Musik. Was ist hier los? Bauplan Laborwerkbank. Oh! Sehr schön, sehr schön. Dann verwerten wir nochmal ein bisschen Schrott. Den Injektor, den mag ich tatsächlich nicht wirklich. Da fängt die Musik schon wieder an. Und da haben wir ein Poloband. Testlot 9, 2377 A10. Tierisches Objekt zeigt keine deutliche Zu- oder Abnahme der Muskelmasse. Die Leute im Florallabor meinten jedoch, dass dieser Testlauf eine Wachstumszunahme von rund 25% gezeigt hat. Wir waren uns sicher, dass durch die Komponentenstruktur der Lösung ein ähnlicher Effekt auch bei der Fauna eintreten würde. Doch selbst unter Einbezug einer passenden Proteinsequenz in der Lösung zeigt das resultierende Destillat keinen Zuwachs der Größe oder Wachstumsrate. Okay, okay, runter mit dir! Hey, runter! Schnapp es dir, Jesse! Was zur Hölle war das denn? Ergänzende Beobachtung! Das Testsubjekt fühlt sich stark zu der Lösung hingezogen. Weitere Tests sind erforderlich. Ist das die ähnliche Proteinsequenz? Was? Was? Was haben wir hier gerade gehört? Das hörte sich gerade an, als hätte die ein Orgasmus und nicht... Ja, und schon wird mein Video wahrscheinlich blockiert. Ich habe ein böses Wort gesagt. Das hörte sich gerade eher so an, als hätte die... Also nicht, als hätte die da irgendwas... Also ja, als hätte sie irgendwas getestet. Ja, aber nicht das, was ich dachte. Ich finde das cool, dass man sich hier so schön bewegen kann in den Bots. Oh, dann mit dem Routine. Protein, ja, das ist, ähm... Ich glaube... Also ich habe da... Ich habe da Bilder. Zu. Im Kopf. Protein. Ja. Fallout 76. Was tust du da? So, schaffen wir es hier rein? Ja. Wir haben ja Top-Skills. Und wir nehmen... Scarf. Okay, gar keins. Das ist nicht unbedingt immer schlecht. Apply hat auch keins. Scarf. Apply. Loom hat eins. Okay, dann fange ich jetzt nämlich an, hier diese Sonderzeichen zu suchen. Und vielleicht haben wir dann... Die Chance... Ah, unsere Versuche zurückzusetzen. Also, Scarf, Apply und Looms. Looms mit S hinten, oder? Scarf. Apply. Und Looms. Ota. Auch nicht. Was? Grief? Auch nicht. Scarf. Apply. Plotz hat drei Treffer. Das heißt, eins haben wir falsch. Ich möchte es jetzt aber gerade nicht riskieren. Deswegen suche ich erstmal weiter die Zeichen, sofern wir noch welche finden. Ansonsten muss ich halt eben nochmal rausgehen. Und wir versuchen es nochmal. Plotz. Ich frage mich, wie lange... ...man dann nichts machen kann. Wenn ich das jetzt falsch mache. Aber Plotz. Das könnte... ...auch... ...könnte es nicht. Drei richtige? Doch. Also, fünf. Ja, das könnte auch Parts sein. Plotz. Ah! Ja, ich weiß, wie gesagt, nicht. Man bekommt eigentlich eine Sperre, wenn man dann... Also, in den anderen Vollerteilen war das so, dass man es entweder gar nicht mehr knacken konnte oder dann erst nach einer gewissen Zeit wieder knacken konnte. Und ich weiß nicht, wie die das hier gemacht haben. Aber... Hier gibt es ja nicht wirklich was Spannendes. Außer eine Baseballgranate. Okay. Kleber. Fusionskern. Ring für großes Glasgefäß. Ja. Irgendwie flackert hier das Licht. Ganz seltsam. So, wir sind aber noch nicht fertig, meine ich, auf dieser Etage. Denn... Hier drin... Huch, waren wir zum Beispiel noch nicht. Ist das eine Karte von... Es ist tatsächlich eine Karte von Appalachia, oder? Hier dieser Mittelteil. Weil der auch so ein bisschen heller ist, so wie der auf der Original-Appalachia-Karte. Ja, das ist tatsächlich die Karte von Appalachia. Cool. Steht das vielleicht auch irgendwo... Da hätte ich mich jetzt ziemlich lustig gemacht. Lächerlich gemacht. Wenn da jetzt irgendwo Appalachia gestanden wäre auf der Karte. Souvenir-Kaffeetasse nehmen wir mit. Souvenire sind immer gut. Korkschrott. Arctos Farmer. Mit einem Kochtopf. Hier hat sich es auf jeden Fall schon mal jemand... Erschiebt, Schatzkartin. Hier hat sich schon mal jemand gemütlich gemacht. Ah ja. Plasmakranate. Können wir denn gerade auch was herstellen, so finde ich? So ein bisschen abgekochtes Wasser, zum Beispiel. Und ein bisschen Saft. Brombeersaft. Oh, das... Also jetzt irgendwie... Ich habe, glaube ich, noch nie Brombeersaft getrunken. So Himbeersaft. Mhm. Und Johannesbeersaft. Und... Was es nicht alles gibt. Aber... Brombeerensaft? Das klingt echt lecker. Ein bisschen sauer, aber irgendwie auch lecker. So, Kriegsgeld. Habe ich das genommen? Nein. Arctos Farmer Terminal. Pharmabot N-I-K-Y-7-E. Ach so. JD-7-E. Testfeld 14. Funktionstüchtig bereit. Den kennen wir ja. Dann gibt es noch eine Jenny-7-E. Eine Nike-7-E. L-R-N-7-E. M-R-K-7-E. Basiseinheit. Kein zugewiesenes Feld. Veraltet. Offline, offline. Warnung, Warnung. Fehler bei Anfrageverarbeitung. Keine Pharmabots gefunden. Ach so. Ich höre schon wieder Musik. Frachtbots Steuerungsterminal. Aktuellen Flugplan überprüfen. Derzeit kein Kontakt mit Flugrelais. Möglich. Dann halt nicht. Für nehmen wir das Telefon mit. Was ist denn das hier für eine komische Musik, die immer wieder einsetzt? Das ist wie in einem dieser, dieser alten, keine Ahnung, 60er Jahre Filme. Immer wieder irgendwie eine Musik eingespielt wird. Und dann irgendjemand durchs Bild tanzt. Hallo. Warum haben wir hier Musik? Ist das hier? Ah. Voll daneben. Empfangsmusik. Okay, der andere ist da drin irgendwo. Die Frage ist, wie er zu uns kommt. Wahrscheinlich. Oh. Sekretärin gefunden. Oh. Oh. Okay, über uns, unter uns. Ich weiß es gerade nicht. Hier ist so viel los. Und da kann man auch noch nach oben und... Oh Gott. Okay, das ist... Das klingt sehr beängstigend. Oh, eine Flasche. Ja, also da drin wird auf jeden Fall jemand sein. Bestimmt. Ich rufe ein Skalpel. Hallo. Es wäre ja eigentlich gar nicht so schwer gewesen, zu mir zu kommen. Ich hätte es nur die Tür aufmachen müssen. Aber hier höre ich das Radio. Was nicht gut ist. Drucker aktivieren. Einmal ausdrücken, bitte. Der Drucker reagiert nicht auf die Eingabe. Na toll. Es ist immer dasselbe. Oh, der hat hier sein... Das ist ziemlich klischee-mäßig, das so im Chefbüro. Ich frage mich, wie viele Chefs das wirklich haben. So eine... Das ist auch so ein ganz komisches Flackern irgendwie. Ähm... So eine... So eine kleine Mini-Golf... Golf-Tee. Platz. Gebratene Hirschhaut. Gebratene Hirschhaut. Ähm... Notizen. Bauplan. Haben wir schon. Ich kann ihn nicht einlesen. Na toll. Und Rezept. Gebratene Hirschhaut. Boah, das kann doch nicht schmecken. Golfschläger. Na, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Den safe. Hier können wir auch knacken. Nein. Wir haben doch nicht mehr so viel H-Klammern. Müssen wir H-Klammern kaufen. Oder einfach vorsichtiger sein. Wie wäre es damit, Sacrifice? Ja. Definitiv auch. Oh, da ist noch ein safe. Der Chef hier ist so wichtig. Der hat direkt zwei. Eins für Wertsachen und... Einen für besondere Wertsachen. Aber dafür hat er einen kaputten Drucker. Tja, man kann nicht alles im Leben haben. Entweder ihr habt funktionierende Drucker. Da müsst ihr euch schon entscheiden. Oder Reichtum. Der Vergleich hinkt. Ja. Ich weiß es doch. Was haben wir hier? Kaffeetassen hauptsächlich. So, hier sind wir wieder in dem Eingangsbereich, wo wir vorhin, glaube ich, hochgegangen sind. Nein, das... Hier sind wir nicht hochgegangen. Sonst hätten wir das ja wahrscheinlich gesehen. Ähm. Bauplan. Bastelwerkbank. Die kennen wir auch schon. Was? Jetzt bin ich enttäuscht. Ich dachte, wir hätten gerade tolle Sachen gefunden. So. Der Golfschläger macht... Ist halt Geschwindigkeit langsam, macht aber 30 Schaden. Unsere Machete macht immer nur 18. Hat eine Geschwindigkeit vermittelt. Es macht tatsächlich gar nicht mehr so viel aus. Deswegen macht die Machete jetzt mal klein. Wir nehmen dann den Golfschläger in allergrößter Not sozusagen. Ähm. Was eh nicht wirklich passiert. Sehr selten. Ihr wisst es, dass ich mal zur Nahkampfwaffe greife. Wenn mir der Kragen platzt. Was das ein oder andere Mal ja auch schon vorgekommen ist. Robustes Brusthalsstufe 10. Gibt uns 6 und 15. Das hier gibt uns... Oh. 11 und 32. Wiegt aber auch 5,60. Naja gut. Es macht auch nicht mehr so viel Unterschied. So, die Raiderrüstung mache ich klein. Und dann ziehen wir mal eben... Das hier an. Und den Golfschläger machen wir jetzt trotzdem mal... In die Favoriten. Und den packen wir auf... Ja, genau. Da ist der Golfschläger. Das ist perfekt. So. Wer hatte noch keinen Stress mit uns? Waren wir hier schon in der Küche? Nein. Warum hat die Küche ein Käfig mit... einem Hundenapf und einem Ball? Gab es hier... Haben die hier Hunde serviert? Ich hoffe nicht. Ne, überall diese Injektor-Waffen. Testprotokoll. 12.03.78. Test-Log. 3.12.78. A14. Augen wirken glasig. Blutdruck und Herzfrequenz des Subjekts sind verringert. Diese neue Lösung scheint eine vasovagale Reaktion in Subjekten mit komplementärer DNS zu bewirken. Keine weitere Verlagerung. Keine weitere Verlagerung. Das ist sinnlos. Ich weiß nicht, wie viel von den beobachteten Mutationen auf die Strahlung zurückzuführen ist und wie viel auf die Verbindung, an der wir arbeiten. Ich verstehe nicht, wie Samson die Freigabe für aerosolierende Tests erhalten konnte, bevor die Laborversuche abgeschlossen waren. Haben wir diese Hautkrankheit verursacht? Oder ist es nur eine Mutation? Und was ist mit denen, die ihren Verstand verlieren? Fantastisch. Die Sicherung ist gerade durchgebrannt. Dieser Winter fordert sein Tribut vom Labor. Ich werde mich lieber darum kümmern, bevor die Pflanzen erfrieren. Die hat aber auch eine Stimme. So ein, weiß ich nicht, Kampfweib-Piratenbraut. So ein bisschen. Da ist eine scharfe Granate. Mine. Wie auch immer. Wer aufs selbe rausgelaufen. So, aber wir haben doch hier noch nicht alles gesehen. Also, dass es jetzt hier nach oben geht oder nach draußen geht, ja. Aber wir haben noch nicht alle Stockwerke gesehen, oder? Also innen jetzt. Oder? Vielleicht doch. Wow, aber der Ausblick. Ich frage mich, was das da hinten ist. Das sieht irgendwie sehr seltsam aus. Wir gucken Richtung Süden. Ah, die Landschaft ist schon schön. Also hier zumindest noch. Hier in diesem Waldgebiet. Hier ist es noch relativ hübsch. Friedlich. Herbstlich, fast sommerlich. Nein, es scheint so, als hätten wir hier wirklich alles gesehen. Ich gehe gerade noch mal kurz auf die andere Seite. Weil ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher war, ob da noch irgendwie ein Aufgang war. Ich dachte, wir hätten hier vielleicht ein bisschen mehr Geschichte zum Lesen. Ja, ich weiß. Ich wollte schon wieder lesen, aber... Okay. Nein, aber hier geht es noch weiter nach oben. Rein theoretisch. Aber da geht es dann ja auch nur dahin, wo wir gerade waren, oder? Ja. Na gut, dann gehen wir runter. Und das machen wir am besten hier einfach über den Aufzug, würde ich sagen. Einmal hier durch. Einmal hier runter. Und hier wieder raus. Wow, wovon... Achso, das war ein Geschützturm, oder? Haben wir den Geschützturm platt gemacht? Wir haben doch eigentlich nur vorne einen erwischt. So, was sagt die Karte? Ich gehe gerade in die falsche Richtung. Repariere das Sendeturm-Terminal. Ja, nein. Wir gehen Richtung... unserer Hauptquest. Oder unserer Quest an sich. Hauptquest. Ja. Ich weiß gar nicht, ob man es wirklich so nennen kann. Ist schon schön irgendwie. Also, so ein sehr ruhiges, schickes Fabrikgelände eigentlich. Gibt schon schlimmere Orte. Wie das da hinten zum Beispiel. Was war da Notfallsignal gefunden? Ja, achso, das haben wir ja schon gehört mit dem Flughafen. Da sind auf jeden Fall ganz andere Fabriken da oben. So, können wir hier nicht einfach... Einfach hier runter gehen? So, abkürzend. Und dann wieder dem Mottenmann begegnen. Weil Frau Sacrifice meint, sie müsste hier irgendwo querfeld einlaufen. Okay, Dastro... Nikiforos 1993 und... Eskadiel oder Eskadiel. Wie auch immer. Sind auch da, wo wir jetzt gerade sind. Und wir verdursten. Hilfsmittel. Wir könnten nochmal ein bisschen... verdorbenes Fleisch zu uns nehmen. Nein. Äh... Cola. Ja, Cola ist nicht so gesund und schon gar nicht in diesen Massen, aber... Ein bisschen. Wir sind ja viel unterwegs. Wir sind ja hier sportlich. Da kann man auch ein bisschen Cola trinken. Ja, es ist Zucker pur. Ich weiß es... Ich trinke ja selbst nicht wirklich viel Cola privat. Okay, wir gehen aber... Richtig. Würmchen. Okay, das jetzt hier in dem Gras zu finden wird wahrscheinlich... Nahezu... Unmöglich. Aber wir haben ein Glühbärmchen getötet. Hervorragend. Warum schieße ich denn auf Glühbärmchen? Weil ich es konnte wahrscheinlich. North, South. Mhm. Okay, hier sind ganz viele Sachen auf einmal auf dem Kompass. Sieht so schön aus. Ja, wir gehen weiter Richtung Flughafen. Ich höre schon Geballer. Morgantown. City Limits. Okay. Ich würde mal interessieren, was da auf der Tafel steht oder stand. Okay, was, 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 was war da? Da war gerade irgendwas. Aber das finden wir in der nächsten Folge raus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat wieder Spaß gemacht. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge dann am Flughafen Morgantown wahrscheinlich... Ja, wiedersehen würden. Bis dahin. Ciao. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018